Hallo, mein Name ist Chris Roll. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Grailsheim und das ist unser Hund, die Holly. Die ist auch echt teilweise wie ein Mensch. Auch das Gassigehen und Spazierengehen, das tut auch schon gut anhand der frischen Luft auch zu sein. Das ist schon schön. Also ich muss sagen, ich konnte am Anfang, als ich gerade ausgezogen bin, gar nicht kochen. Ich kann jetzt keine großen Braten oder irgendwie so, fünf Sterne mäßig jetzt nicht, aber so, dass es schon schmeckt. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Auch gerade mit meiner Freundin, die kocht auch sehr gut. Ein Traum. Also ich esse allgemein sehr gern, deswegen gehört halt das Kochen auch mit dazu. Auf dem Spülfeld bin ich an sich sehr ehrgeizig. Also ich hasse es eigentlich zu verlieren. Ich gebe eigentlich immer alles, will auch die anderen dann auch mitreisen. Ich denke, dass das auch Teil meiner Aufgabe auf dem Spülfeld ist. Ich lebe halt schon danach, dass ich mir sage, okay, ich habe die und die Ziele, ich weiß, wie ich die erreichen kann. Und dann strebe ich halt schon danach. Und das ist eigentlich so das Motto auch, nach dem ich lebe. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.